Wir haben das Unmögliche geschafft. Jetzt muss ich den Orden darüber informieren, dass der Schwarze vermisst wird. Was bedeutet einzugestehen, dass mein Auftrag gescheitert ist. Aber wenn er unten in der Metro ist, werde ich ihn nicht alleine finden können. Ich muss zur nächsten neutralen Station kommen und dann zur Polis, dem Hauptquartier des Ordens. Pavel wird mir den Weg zeigen. Oh, okay. Sieht so aus, als hätten wir sie abgehängt. Jetzt behalten wir uns besser, zum Theater zu kommen. Woanders können wir nicht hin, was, Kumpel? Alles klar mit dir, Kumpel. Sehr gut. Diese Rüstung bewirkt Wunder. Scheiße. Eine Sackgasse. Festhalten? Oh, oh. Das ist Wahnsinns. Au. Puh. Ehrenstation, was? Tja, nützt ja nichts. Von hier an müssen wir gehen. Mir nach. Und da stehen wir wie in 2033 und haben... Okay, okay. Ich kann mich nicht erinnern, diesen Tunnel auf irgendeiner Karte gesehen zu haben. Tja, wir sind jedoch noch auf Reisboden. Da ist Vorsicht geboten. Immerhin den Revolver mit Schleifern fahren. Opa, ein Rohr. Komm her, Ratio. Hm? Ah. Was ist da? Okay. Hilf mir mal hier hoch. Mach ich. Hopp. Gut. Bitte schön. Okay. Warte hier, während ich mich umschaue. Geil zu. Hey. Halt mich hier auf. Schnapp ihn auf. Glückwunsch. So, Tunnel ist dunkel. Perfekt für uns. Ich denke, wir haben hier oben ne gute Position. Weiß für eine verdammte Scheiße. Eine Kommunisten-Ratte ist in unseren Tunnels gefunden worden. Um den mach ich mir keine Sorge. Oh. 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 Was hast du denn da Schönes? Aha. Eine Mini-Schrotflinte scheinbar. Okay. Wundert niemanden, dass der Trupp nicht wieder auftaucht. Ja. Ich frage ja nur. Zurück. Boah. Gut. Hab jetzt laut oder was? Ich weiß ja nicht wie viele noch da sind. Ja. 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 Das gibt's doch gar nicht. Geh drauf, du Arschsteiger. Okay, man kann sich hier also scheinbar auch durchschleichen. Ich würde sagen, dafür ist es etwas zu spät. Idiot. Ich höre jemanden. Das war durchaus als knapp zu bezeichnen. Wie sitzt denn du hier? Bist ein bisschen entspannt, ne? Chills, ne Runde. Saka. Geht doch. Das ist so ein Schrot-Ding. Ne, das gefällt mir nicht. Ist mir leid. Oh, ein Schlüssel. Es gibt scheinbar wieder Tresore zu finden. Ich weiß gar nicht, warum ich hier eigentlich noch rumschleiche. Ich glaube, das bringt es mir so nichts mehr. Wenn hier noch einer ist, dann auf jeden Fall gut versteckt. Da ist der Safe. Ach, leck mich doch am Arsch. Jetzt bricht die Hölle los. Hast du. Hast du? Das ist mir neu. Stimmst du wohl? Stoppst du wohl? Das war das für ein linearen Move. Wow! Da kann jemand gut zielen mit einer Schrotflinte scheinbar. Na ja gut. Da war er gerade. Ist das so? Die Kommunisten sind in der Nähe. Na was denn? Bin ich jetzt tot oder ist der Kommunisten dann her? Geh doch drauf. Wirst du wohl... Wirst du wohl normale Munition benutzen? Bist du des Wahnsinns? Hast du ne Macke? So reich bin ich nicht, dass ich das machen kann. Ich mein mehr Schaden ist zwar an und für sich schön, aber ne. Aha. Was bist du denn Schönes? Na du bist halt nicht schallgedämpft ne? Das ist kacke. Ich werd ja wohl definitiv bei schallgedämpften Sachen bleiben. Wär ich bekloppt? Gut, ich glaube da befinden wir nix mehr. Ähm... Gut, wir müssen wieder hoch. Ich geb mich oben lang. Achja, hier ist übrigens der Tresor. Wollte ich aufmachen. Aber da kamen leider Sachen. Nicht dazwischen. Zack. Oh, Granaten. Sehr schön. Das gefällt mir. Muss ich mal ausmachen. Das reicht so. Was haben wir hier? Ah. Toll. Okay. Das ist auf jeden Fall wieder der Weg zurück. Frei sollte irgendwas sein und wir müssen uns zurückziehen. Meine Herren, was liegt denn hier alles rum? Wie viel hab ich denn erschossen? Ich hab ja die halbe Armee ausgelöscht. Drei. Was? Ich ergebe mich. Hörst du? Ich gebe auf. Sollen die Obermurzer es doch auskämpfen. Mir reicht's. Sorry, aber... Ist mir sicher. Er ist ja nicht tot. Er ist ja nicht tot. Er ist nicht tot. Wir haben ihn grad nur ausgestellt. Wir haben ihn nur mal kurz... ...einen mitgegeben. Zu unserer Sicherheit wohl gemerkt. Und ich hoffe es ist nicht allzu dunkel. Ah, hier geht's weiter. Ich hab's eigentlich schon etwas... Ah, sehr gut. Das dachte ich mir nämlich, dass wir da Karma kriegen. Ähm... Weil wir werden... Äh... Wir werden in diesem Spiel definitiv aufs Karma achten müssen. ... Pavel wird ziemlich sicher gehängt. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn er mich nicht befreit hätte. Rot, blau, gelb. Welchen Unterschied macht das schon? Er hat sein Leben für mich riskiert. So etwas erlebt man in der Metro sonst nicht. Ich kann ihn nicht einfach im Stich lassen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ähm... Was ich sagen wollte, wir müssen hier echt aufs Karma achten. Weil es ein gutes und ein schlechtes Ende gibt. Oh. Hallo. Artyom. Scheiße. Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Du bist ein echter Kamerad. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in Nullkommaniertz nach Hause. Scheiße. Die kommen meinetwegen. Bringe mich zur Schlinge. Viel Glück mein Freund. Du bist jetzt meine einzige Hoffnung. Na los, schwing deinen Hintern hier raus, du verdammte Kommunistenratte. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Äh. Weil diese Spinnen leben tierlich. Dann weiß ich mir, was das bedeutet. Was? Dass du entweder auch ein Frick bist, oder deine Mutter eine Note ist. Du. Du. Komm, John. Sag, meine Mutter ist eine Note. Sag, John, du für Scheiße. Ansonsten bist du ein Frick, wenn deine Mutter Fricks zur Welt bringt. Nein. Nein. Was ist denn bei den Leuten falsch? Alles abgeschlossen. Dank der Ordnungsfanatiker. Nein. Nein. Meine Mutter ist eine Note. Na also, Ghetto. Und da sie eine Note ist, sag doch Bescheid, dass ich sie besuchen komme. Und sei vorsichtig, was du über meine Kinder sagst, du Miststück. Sonst werden deine Brüder und Schwestern die Nächsten sein. Ha, 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 ha. Moment. Das ist die noch nicht. Ich muss gerade mal denken. Wartet, bis ich wieder da bin. Jetzt weiß ich, dass du verrückt bist. Wenn du hier bist, passt niemand auf dein Lager auf. Ja. Na und? Na und bist du da fertig? Sind die Funken weg? Fertiger Marsch. Und ich habe euch doch gesagt, ihr hättet diesen trabernden Kerl nicht ins Lager schicken sollen. Er war nützlich, auch wenn er ein Frick war. Wenn wir die Scheiße aus der Hand heraus prügeln, dann haben wir Techniker, Noten und alles, was du willst. 24 Stunden am Tag und kostenlos. Aber bis dahin könntest du mal zurückgehen und nachgucken, was da kommt. Das könntest du genauso gut selber machen. Da musst du sein. Ja, der Strom ist auf jeden Fall aus. Du verpiss dich. Sehr gut. Was zum Teufel wollt ihr alle? Das ist bald. Das ist bald. Der gibt mir etwas auf den Sack. Ich glaube, wenn der das nächste Mal rauskommt, werfe ich doch ein Wurfmesser. Hilft ja nicht. Das ist natürlich blöd, die Tür hätte ich zulassen sollen. Naja, es hätte ja sein können, dass er vielleicht ein Gefangener drin ist, der ihm jetzt hilft, aber weniger. Aber ich mache es mit mir, was das zum Defense betrschneige. Das ist einfach mit dem Wasser zu hören. Das ist einfach nicht so. Oh mein Gott. Der wing du die Wirkensbilder. Alle zwingte es natürlich nicht mehr so. Das ist ja kein Wurfmesser. Ja, es geht so. Wer ist da? Was? Ich sage Ihnen nichts! Ich hasse diese Reiflücke! Achtung! Der Alarm gilt noch immer! Die Einzelrichtlinie sind noch auf freiem Fuß! Bleiben Sie acht an! Alle verdächtigen Personen werden bei Sichtkontakt erschossen! Wachwechsel in einer halben Minute! Weißt du das gehört? Der Alarm gilt noch immer! Du könntest wenigstens deine Waffe bereithalten! Ich habe meine Waffe in meiner Hose! Während du deine Waffe abgegeben hast! Ja ja! Diese Waffe wird uns verfickt viel helfen, wenn die Roten kommen, um deinen Arsch zu holen! Boah, reicht das? Sehen die nicht! Alles klar. Willi? Willi? Nein. Aus. Okay, den da werde ich loswerden müssen. Die interessiert das ja nicht so, ne? Wahrscheinlich gar nicht. So. Zu. Wer hätte es gedacht? Nicht aus. So. 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 Das ist jetzt bejahenswürdig. Sag ich mal so. Knapp. Sehr knapp. Schösterk. Schösterk. Hey Alex, überprüf mal den Sicherungskasten. Das Licht ist schon wieder raus. Wenn man zum Sicherungskasten geht, muss es leider sterben. So steht die Art hoffentlich. Es geht keiner zum Sicherungskasten. Ich würde ihn da trotzdem ganz gerne loswerden, muss ich sagen. Da geht mir etwas auf den Sack. Puh, das ist auf jeden Fall... Gott, mach keine Scheiße. Okay. Okay. Tut mir leid, mein Freund. Wir haben den Schlüssel nicht. Scheiße. Ich dachte, hier geht's echt... Ich dachte, hier geht's weiter. Oh ja, geht's. Warte mal. Ich habe nämlich eine Vermutung. Die sehen mich ja nicht. Erstmal danke dafür. Ja. Dachte ich mir. Okay. Was machst du? Was machst du? Ein Mensch. Nein. 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 Die Verhandlung des gefangten Spielhofs von der Luftflug. Alle Rechten müssen bei der Gefahr entstößt. Der ist gewandener Geist. Fuck it. Ich hätte es scharren können. Im Namen des großen Reichs. Wirke der kommunistische Arge, der in verbotenen Bereich festgenommen wurde, zum Tode durchherhängen, verurteilt. Fickdolch! Tuck! Tot in Faschisten! Hier ist der Redaktionsformen. Der Redaktionsformen. Der Redaktionsformen. Der Redaktionsformen. Du, Mistschir! Du, Mistschir! Nein, nein. Nein, nein. Aber das liegt nicht nur noch. Der Redaktionsformen. Die Verhandlung des Fähne in der Luftflug. Das liegt nicht nur in der Luftflug von uns. Weg von hier. Das liegt ja in zweites Stalingrad. Ohhhhhhh. Bis zum nächsten Mal.